Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten. Was tun eigentlich die Netzbetreiber, um einen Blackout zu verhindern? Also Blackout ist ja das unkontrollierte Zusammenbrechen des kompletten flächenweiten europäischen Netzes. Und was können die jetzt tun, also die Netzbetreiber, die Schaltzentralen, um das zu verhindern? Und da gibt es ja eine große Kennzahl, und zwar das sind die 50 Hertz. Also wisst ihr ja, die Steckdose hat diese 50 Hertz. Wenn die Überproduktion haben, dann geht es rauf, 50,1 etc. Könnt ihr euch einfach vorstellen, das ist ja ein Generator, der erzeugt Strom und die Last. Könnt ihr euch vorstellen, dass es noch bergauf geht oder bergab geht. Und dann geht es bergauf, also die Last wird höher, das heißt die Drehzahl des Motors geht zurück. Und die geht dann zurück von 50, 50, irgendwann 49,5, 49, 48 und so weiter. Und irgendwann bei 47,5 ist da so eine magische Grenze, wo dann die ganzen Atomkraftwerke sich selbst entkoppeln und nicht mehr einspeisen, weil irgendwie zu wenig da ist. Also diesen 47,5 Hertzbereich muss man irgendwie vermeiden. Weil sonst kann es wirklich zu einem Blackout kommen. So und jetzt, welche Möglichkeiten gibt es, um das zu vermeiden? Das Erste, was man machen kann, ist, also man schaut auf die 50 Hertz und man erkennt, okay, es geht jetzt runter. Das heißt, ich kann jetzt als Netzbetreiber zu meinen Atomkraftwerken, zu meinen Pumpsparkraftwerken, kurzzeitig sagen, Mensch, produziert ein bisschen mehr. Also, wie schon gesagt, das ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt von sofort geht, aber ein bisschen mehr produziert, dass man hier wieder auch die 50 Hertz sich einreguliert. Ja, auf der Herstellerseite bin ich dann auch schon fertig. Also, ich kann Gaskraftwerke auch besser anschüren, Tonkraftwerke besser, aber das dauert, also das ist ein bisschen träge. Pumpsparkraftwerke, da kann ich komplett das Wasser durchlaufen lassen, um das zu, das geht am schnellsten. Und, äh, das ist von der Energieseite, die ich zuführen kann. Weil ich muss immer, Energie, die ich einführe ins System, ist Energie, die ich rausnehme. So, und als nächstes ist dann das Energie, was ich rausnehme, reduzieren, also Verbrauch reduzieren. Das ist dann das Zweite, was ich machen kann. Und, äh, ja, hm, muss ich irgendwann wegschalten. Und da gibt es Unternehmen, die haben sich vertraglich dazu geeinigt, dass sie gegen entsprechendes Entgelt, äh, sagen, freiwillig, okay, dann schaltet uns ab. Und, da gibt es ein paar. Und wenn man das gemacht hat, also man fährt Energie nach oben, versucht die Unternehmen wegzuschalten, und dann, dann kommt der interessante Part. Was macht man dann? Und dann geht man her und schaltet, äh, Städte ab. Und zwar, man kann nicht sagen, welche Städte man abschaltet, sondern das kommt immer drauf an, wo gerade sehr viel verbraucht wird. Also, wenn ihr jetzt sozusagen, äh, in einer Stadt wohnt, wo jeder sagt, Heizlüfter, ole, ole, ole. Ähm, dann kann es sein, dass ihr, weil ihr diesen Netzknoten überlastet, das heißt, in diesem Fall, wenn die anderen Maßnahmen alle schon angeleitet worden sind, ihr seid jetzt draußen. Ja, ist dann so. Und, ähm, das kann man dann auch wieder sagen, okay, dann heißt es, ihr seid jetzt zwei Tage draußen, und dann staltet man die andere Stadt wieder ein. Also, so im Ideal, aber man muss natürlich auch bedenken, äh, wenn man die erste Stadt wieder einschaltet, dann ist ja im ersten Moment, braucht man dann extrem viel Energie. Also, das muss man dann auch wieder gezielt machen, unter Tag, wenn PV-mäßig, äh, an einem sonnigen Tag, wenn alles geht, dann kann man sowas vielleicht mal riskieren. Ähm, aber, wie schon gesagt, das ist schwierig. Und zur generellen Situation, jetzt hier gerade im November 22, äh, es ist ja so, die Gasspeicher sind jetzt aktuell, Stand heute, zu 99,25% gefüllt. Das bedeutet, wenn wir einen milden Winter haben, kommen wir knapp, sage ich mal, durch. Man hofft immer, dass von außen noch was reinkommt. Es kommt von außen was rein. Und ein bisschen was, äh, wird ja wieder irgendwie exportiert, etc. Äh, das hoffe ich jetzt einfach mal optimistisch gesprochen, optimistisch gesprochen, dass wir hier, dass es da durchkommt, dass man heizen kann. Aber nichtsdestotrotz, äh, auch wenn jetzt hier Atomkraftwerke wieder verlängert worden sind, äh, es wird, es kann zu einem, äh, Problem kommen, zwischen der Menge Energie, die gebraucht wird, und die, die erzeugt wird. Also, das kann mal nicht stimmen. Und dann muss man diese Maßnahmen eben einleiten, die ich jetzt gerade gesagt habe. Und, äh, ja. Deswegen, was ich immer wieder sage, denkt dieses Szenario mal durch. Also, nicht der Blackout, sondern der Brownout, also nur so einzelne Stadt, Städte, sage ich mal, Regionen. Beisalbei, Süddeutschland ist höher betroffen, abgeschaltet zu werden als Norddeutschland. Ähm, und, ja. Bisschen nachdenken, was kann man alles brauchen. Taschenlampe, bisschen Energieversorgung, Strom, etc. Äh, einmal mal durchdenken, zwei, drei Tage auszukommen. Ich sehe es jetzt, wie ich immer sage, Blackout-technisch noch nicht absolut gefährlich. Also, ich verfolge die Zahlen immer, wie es mit dem Gasspeicher ist. Also, ich sage mal so, ich werde hellhörig, wenn ich sehe, Gas geht zur Neige. Gasspeicher geht zur Neige. Und, äh, man hat schon Schwankungen mit der Netzwerken. Also, sie schwankt schon massivst. Und, dann werde ich, äh, schon ein bisschen nervös. Und, dann kann ich sagen, äh, also, zeitlich, der kritischste Zeitpunkt, was ich sehe, wird Ende Februar nächsten Jahres sein. Februar bis Mitte März. Wird meines Erachtens der kritischste Punkt sein. Da kann am meisten passieren. Also, Stromausfälle, etc. Und, äh, ja, jetzt kann ich wirklich nur noch sagen, äh, hoffen wir alle, dass es nicht passiert. Dass, die ganzen Vorbereitungen brauchen wir nicht. Also, von dem her, äh, ja. Mal ein bisschen optimistischeres Video. Was kann ich ihm, was wird gegen deine Blackout getan, um den zu verhindern. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss und auf Wiederschauen. Gerne oben abonnieren. Hier geht's weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Macht's gut. Tschüss und auf Wiederschauen. So, Ende ist.